Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 10 Minuten Live, dem Live-Talk der Unionsfraktion. Heute mit einem ganz besonderen Gast, und zwar der Integrationsbeauftragten der Fraktion, Nina Warken. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Ja, vielen Dank. Guten Morgen. Vielleicht für alle, die zum ersten Mal mit dabei sind. Das ist ein interaktives Format. Wir haben viele Zuschriften bekommen zum Thema Integration und möchten Ihnen auch direkt während der Sendung die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Also, wenn es eine Frage gibt, direkt in die Kommentare. Sollten wir sie nicht aufnehmen können, direkt im Gespräch werden wir es im Nachgang machen. Ich würde sagen, wir starten direkt. Und zwar, die Frage ist, eine Integrationsbeauftragte der Fraktion. Es gibt eine auf Bundesebene, auf kommunaler Ebene und auch auf Länderebene. Was ist Ihre Tätigkeit in der Fraktion? Was unterscheidet Ihre Tätigkeit? Die Integrationsbeauftragten oder auch Integrationsmanager der Kommunen, die unterstützen ganz konkret vor Ort, wo ja auch die Integration am Ende stattfindet. Die Menschen, die zu uns gekommen sind, bei allen alltäglichen Dingen, sei es bei Sprachkursen, bei der Arbeitsaufnahme, der Wohnungssuche. Sie halten Verbindungen zu den Behörden und bei Ihnen laufen sozusagen die Fäden zusammen. Meine Aufgabe innerhalb der Fraktion ist es, den gesetzlichen Rahmen zu setzen, zu schauen, wo müssen wir bei der Integration noch nachsteuern, welche Maßnahmen sind weiter erforderlich. Und ich bespreche auch mit anderen Kollegen der Fraktion, die mit dem Thema zuständig sind, die mit dem Thema zu tun haben, aus allen möglichen Ausschüssen. Was können wir tun? Wo stehen wir? Welche Dinge wollen wir zusammen angehen? Da laufen dann bei mir sozusagen die Fäden zusammen. Also das heißt, auf einer Gesetzgebungsebene. Und jetzt schreibt uns ein Nutzer, Lothar Lavrens schreibt, wozu es überhaupt eine Integrationsbeauftragte braucht. Denn seiner Ansicht nach, Zitat, die europäischen Einwanderer frühere Jahrhunderte brauchten keine Integrationsbeauftragten. Die integrierten sich schon aus eigenem Interesse. Warum ist das heute notwendig? Warum braucht man das? Ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, Angebote zu haben, wo die Menschen sich hinwenden können. Auch die vielen Ehrenamtlichen, die ja die Integration unterstützen, brauchen Ansprechpartner. Und wenn ich jetzt den Gesetzgebungsbereich anschaue, denke ich, ist es wichtig, dass man schon immer unter dem Aspekt der Integration, was ist förderlich, was ist vielleicht schädlich, sich Gesetzgebungsmaßnahmen anschaut. Natürlich, klar, sind auch die, die zu uns kommen, gefragt und gefordert. Da muss auch ein Integrationswille da sein. Das ist schon richtig. Aber ich finde, ein staatliches Angebot auf der einen Seite, beziehungsweise ein besonderer Blick von uns als Fraktion auf die Integration, ist schon wichtig. Das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Die Leute, die zu uns kommen, da gibt es ja Unterschiede. Also da sind auf der einen Seite Asylsuchende, auf der anderen Seite Leute, die längerfristig bleiben wollen, auch zum Arbeiten. Wie werden die unterschiedlich behandelt? Macht da die Integration überhaupt Sinn? Macht sie Unterschiede? Genau, zu meinem Aufgabenbereich gehören jetzt nicht nur diejenigen, die als Flüchtlinge, als Schutzsuchende zu uns kommen, sondern eben auch die aus dem europäischen Ausland zu uns kommen oder die aus anderen Ländern als Arbeitskräfte zu uns kommen. Und natürlich gibt es da unterschiedliche Ansätze. Menschen, die nicht so lange bei uns bleiben können, bei denen gibt es andere Maßnahmen als bei den Fachkräften, die zu uns kommen. Grundsätzlich gilt, wer länger bleibt, bekommt auch Integrationsmaßnahmen, bekommt Sprachkurse. Wer gar nicht bleiben kann, der muss natürlich auch schnell ausgewiesen werden. Aber auf die unterschiedlichen Bedürfnisse gehen wir da eben auch unterschiedlich ein. Wir werden gleich noch zu den Maßnahmen sprechen. Das interessiert vor allen Dingen die Nutzer sehr stark. Das Thema Integration ist ja ein Dauerthema in Deutschland. Und wir hatten ja verschiedene Wellen, wo es intensiver war. Die Frage ist, wie nehmen Sie denn die Stimmung in der Bevölkerung wahr beim Thema Integration? Wandelt sich das? Ist man da zugewandt oder sehen die Leute das eher skeptisch? Was ist da Ihr Eindruck? Also es ist immer noch ein Thema, das sehr polarisiert. Es wird auch vieles durcheinander gebracht. Wir haben es gerade schon gesagt, die verschiedenen Gruppen von Personen, die zu uns kommen. Es wird vieles auch kritisch gesehen. Es werden Missstände auch angeprangert von Leuten, die sich eben nicht hier integrieren wollen, die dann vielleicht auch Straftaten begehen. Es gibt aber auch immer wieder positive Begegnungen, wo sich Menschen freuen, dass ein Geflüchteter, der von ihnen betreut wurde, einen Arbeitsplatz gefunden hat, eine Wohnung für seine Familie gefunden hat. Also es gibt sehr, sehr unterschiedliche Reaktionen der Menschen. Und das Thema polarisiert nach wie vor und beschäftigt auch nach wie vor die Menschen. Deswegen umso besser, dass wir heute die Möglichkeit haben, für alle, die sich zugeschaltet haben, heute mit der Integrationsbeauftragten der Unionsfraktion zu sprechen, Nina Waken. Für alle, die sich gerade dazu geschaltet haben, nochmal die Möglichkeit, kommentieren Sie, stellen Sie Ihre Fragen. Alles, was wir nicht jetzt direkt beantworten, werden wir selbstverständlich im Nachgang beantworten. Wir hatten gerade eben über mögliche Maßnahmen gesprochen. Und da schreibt ein Nutzer, Thomas Korsave, Spracherwerb ist mit Sicherheit eine ganz wichtige Sache. Sie hatten angesprochen, diese Sprachkurse. Geht es noch darüber hinaus? Also das heißt zum Beispiel, was immer klassisch ist, ist das eigentlich Schwimmen, Verkehrsordnung, das Benehmen im Alltag sozusagen. Ist das vonnöten oder wo sehen Sie da die Handlungsfelder? Das ist natürlich ganz wichtig. Und die Integrationskurse haben immer zwei Teile. Zum einen den Sprachkursteil, zum anderen aber auch den Orientierungskursteil, wo dann ganz normale Dinge einfach besprochen und beigebracht werden. Also unsere Werteordnung, unser Rechtssystem, auch, sag ich mal, die Stellung von Mann und Frau. Auch natürlich solche einfachen Dinge wie Straßenverkehrsordnung. Also das ganz alltägliche Zusammenleben unserer Gesellschaft kommt da dran. Es gibt darüber hinaus auch viele freiwillige Angebote der Kommunen, wo es auch durchaus mal Schwimmkurse für geflüchtete Kinder gibt. Das kommt dann noch dazu. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass es nicht nur bei der Sprache bleibt, sondern dass auch, sag ich mal, das, was unsere Gesellschaft ausmacht, auch vermittelt wird. Und am besten dann natürlich ganz konkret und praxisnah. Das hört sich für mich jetzt so an, wie wenn von der Seite Deutschlands eben ein sehr breites Angebot gemacht wird. Sie hatten es schon angesprochen, das Thema fordern und fördern, also dass das in einem gewissen Maß steht. Jetzt sagt eine Nutzerin, beziehungsweise, Entschuldigung, ein Nutzer sagt, Frank Stöckel möchte wissen, wie sieht es denn mit Rückzahlung der Kosten für Sprachkurse aus? Wenn unsere Kinder studieren wollen, ist das auch nicht umsonst. Ist die Frage berechtigt? Natürlich. Also unser Angebot, glaube ich, kann sich sehen lassen, auch im europäischen Vergleich. Unsere Integrationskurse sind bei aller Kritik schon auch ein Erfolgsfaktor und kosten uns auch natürlich eine ganze Menge. Sie sind aber nicht per se kostenlos. Also für die Menschen, die es sich auch leisten können, fallen da auch Kosten an. Bei anderen eben nicht, aber da kann durchaus dann auch ein beträchtlicher Betrag an Gebühren auch anfallen. Andere bekommen sie dann eben zum Teil erlassen, aber sie sind nicht per se kostenlos. Gut zu wissen, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ich wäre jetzt auch davon ausgegangen, dass grundsätzlich alles erstmal kostenlos wäre. Also da gibt es tatsächlich Unterschiede. Da wird eine Prüfung gemacht, zu gucken, wo geht es und wo geht es nicht. Das bringt mich auch so ein bisschen zu dem Punkt, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung hat ihren Bericht vorgestellt. Und ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor. Wie misst man denn eigentlich Integration? Woran sieht man, ob sich da Fortschritte ergeben im Land? Gibt es da Kennzahlen? Gibt es da Methoden? Wie macht man das? Und vielleicht können Sie uns ja auch ein bisschen was zum Integrationsbericht sagen. Es ist in der Tat natürlich nicht ganz so einfach, Integration zu messen, aber man kann schon an verschiedenen Faktoren sehen. Zum Beispiel Spracherwerb. Wie ist da das Sprachniveau zum Beispiel nach den Integrationskursen? Wie ist da Ausbildungsstand? Welche Ausbildungsabschlüsse werden erzielt? Wie sieht es bei der Arbeitsaufnahme aus? Wie integrieren sich auch die Menschen, die zu uns gekommen sind, in Vereinen etc.? Da gibt es ganz konkrete Erhebungen. Es gibt ganz viele Stiftungen, Organisationen, die da Erhebungen machen. Es gibt da schon sehr viele wissenschaftliche Untersuchungen und eben meist dann an diesen Faktoren, die ich genannt habe, gemessen. Und jetzt hat die Integrationsbeauftragte ihren Bericht vorgelegt, auch 400 Seiten dick sozusagen. Und er hat Licht und Schatten. Also man sieht schon, dass bei der Aufnahme von Erwerbstätigkeit, gerade der Geflüchteten, man besser ist, als man erwartet hat. Da ist man auf keinem ganz schlechten Weg. Man muss aber zwei Dinge vor allem in den Blick nehmen. Zum einen die Frauen, also Teilnahme an Sprachkursen für Frauen. Da schauen, was kann man da besser machen? Wo ist da vielleicht die Bereitschaft noch nicht so da bei Frauen, bei deren Männern? Wo sind vielleicht die Angebote noch nicht passend genug? Auch die Arbeitsaufnahme von Frauen muss man in den Blick nehmen. Ein zweiter Punkt ist der Spracherwerb von Kindern. Da braucht es auch wirklich verpflichtende Sprachstandstests dann in den Kindergärten und dann eben auch eine verpflichtende Sprachförderung, wenn eben der Bedarf besteht. Da, glaube ich, müssen wir ganz arg darauf achten, dass es da dann keine falschen Entwicklungen gibt, gerade bei unseren Jüngsten. Ja, Sie hatten gerade auch das Thema Arbeiten angesprochen. Da würde ich gleich nochmal drauf eingehen. Jetzt habe ich gesehen, wir haben hier eine Frage von Jaro Abraham, der fragt, das Thema Rassismus und Integration. Also sind denn Leute, die zu uns kommen, immer noch so stark von Rassismus betroffen? Betrifft das gerade diejenigen, die sich integrieren wollen? Wie gehen die damit um? Haben sie da auch was im Bericht oder was sind da die Erfahrungen? Wird da was gemacht? Es ist natürlich sehr unterschiedlich, aber man kann es, glaube ich, nicht wegdiskutieren, dass den Menschen, die zu uns kommen, immer wieder auch Rassismus begegnet. Und vor allem, wenn man mit schon länger hier lebenden und eigentlich integrierten Menschen spricht, die aus dem europäischen Ausland kommen oder auch woanders herkommen, die eben Migrationshintergrund haben, die lange schon hier leben und arbeiten, gerade die sagen dann auch, dass man eben immer wieder gefragt wird, ja, bist du überhaupt Deutscher? Wo kommst du denn überhaupt her? Und dass immer wieder das in Frage gestellt wird, dass man sich integriert hat und das betrifft die Menschen dann auch schon sehr. Also das trifft die und das ist dann kein sehr schönes Erlebnis für diese Menschen. Und bei Geflüchteten ist es ja ähnlich. Da gibt es auch schlimme Ereignisse wie ja letzte Woche gegenüber einem kleinen Mädchen. Also das, glaube ich, kann man nicht wegdiskutieren, dass es da auch Probleme gibt. Also man muss sich sozusagen, darf die Augen nicht verschließen in alle Richtungen. Es gibt Licht und Schatten. Jetzt die Frage Arbeitsmigration von Ausländern. Hier fragt Herr Steger, wie denn Ihr persönlicher Eindruck ist, wir brauchen ja auch Arbeitskräfte. Haben Sie das Gefühl, dass speziell Menschen, die arbeiten wollen, hier ausgenutzt werden? Gibt es da das Problem? Sie sprechen ja sicherlich auch mit vielen Wirtschaftsvertretern. Ich denke, der Anteil der EU-Arbeitsmigranten ist immer noch der höchste im Gesamtkontext. Und natürlich haben da die Firmen auch profitiert und werden weiterhin profitieren, wenn man Firmenbesuche macht. Allüberall besteht Fachkräftemangel. Wir brauchen in vielen Bereichen Arbeitskräfte. Und natürlich gibt es auch Bereiche, wo man auch gar keine in unserem Land mehr findet, die gewisse Arbeiten ausführen wollen. Fleischereien, ähnliche Bereiche. Und da werden oft ausländische Arbeitskräfte dann zum Einsatz gebracht. Ich denke, das ist für unsere Wirtschaft positiv, ganz klar. Und wir als Staat müssen eben darauf achten, dass die Rahmenbedingungen stimmen, dass da keine Ausbeutung stattfindet, dass da keine prekären Beschäftigungsverhältnisse bestehen. Da haben wir die Aufgabe, darauf zu achten. Aber generell ist es klar, auch vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, wir werden da auch eine Zuwanderung in den Arbeitsmarkt brauchen in den nächsten Jahren. Das braucht unsere Wirtschaft und da müssen wir die Rahmenbedingungen setzen, zum Beispiel mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz auch. Thema Arbeit, ganz wichtig. Die Integrationsarbeit findet auf einer, sage ich mal, bezahlten Ebene statt, aber eben auch sehr, sehr viele ehrenamtliche Tätigkeiten. Was ist da Ihr Eindruck? Können Sie dazu was sagen? Ja, ganz klar. Die Kernerarbeit wird vor Ort geleistet, in den Kommunen und sie wird zu einem ganz, ganz großen Teil auch von Ehrenamtlichen geleistet. Das ist toll, was viele Menschen da wirklich tun, für die geflüchteten Menschen tun und wie sie sich da kümmern. Da kriege ich viele positive Geschichten erzählt. Es ist aber auch viel Frust da, das muss man auch sagen. Es wird immer wieder über Bürokratie dann geschimpft oder über, sage ich mal, Fälle, wo Menschen gut integriert sind, dann abgeschoben werden sollen. Also da werden ganz konkrete Probleme auch tagtäglich an mich herangetragen. Und ich muss sagen, ich bin beeindruckt von dem ehrenamtlichen Engagement. Und wir hier als Fraktion, als Gesetzgeber wollen da auch jetzt Rahmenbedingungen verbessern, dass vor allem das Ehrenamt auch da besser unterstützt und gestützt wird, dass einfach auch diese Tätigkeit etwas einfacher wird. Da würde ich sogar tatsächlich nochmal drauf eingehen. Uns schreibt nämlich David Schiffmacher schreibt, der Sport ist eine große Plattform für Integration. Ist es in der Planung, die Sportverbände bezüglich Integration weiter zu unterstützen bzw. auszubauen? Ja, da gibt es ein ganz tolles Programm. Da habe ich mich vor Ort auch schon mal informiert darüber. Das heißt Integration durch Sport wird vom Innenministerium auch gefördert, vom Deutschen Olympischen Sportbund. Das ist eine tolle Sache und da bekommen dann Vereine, sage ich mal, fachliche Unterstützung, personelle Unterstützung, finanzielle Unterstützung, wenn sie Programme anbieten, speziell für Menschen mit Migrationshintergrund. Und das ist tatsächlich so, wenn man dann so eine Turnstunde besucht, wo Menschen aus ganz vielen verschiedenen Ländern, Kinder vor allem zusammen Sport machen, da ist dann die Herkunft egal, da sind auch Sprachbarrieren egal. Und da werden ja auch ein Stück weit Regeln, Werte und das Miteinander vermittelt. Und das ist das, was wir wollen. Deswegen ist das ein Ansatzpunkt und eine ganz, ganz wichtige Form der Integration vor Ort. Und das finde ich sehr, sehr unterstützenswert. Das sind schöne Worte. Wir kommen auch zu einem Ende jetzt. Zehn Minuten live heißt unser Format. Das ist der Live-Talk der Unionsfraktion hier im Deutschen Bundestag. Wir hatten heute die Integrationsbeauftragte der Unionsfraktion, Nina Warken, zu Gast. Noch eine allerletzte Frage. Sprichwort sagt, nicht geschimpft ist halb gelobt. Kriegt man denn auch mal beim Thema Integration was positives, nettes Feedback? Ja, auf jeden Fall. Also neben all den Problemen, die geschildert werden, für die wir auch offen sein müssen, bekommt man dann schon vieles mit. Ich war letztens zum Beispiel bei der Gesellenfreisprechung der Handwerkskammer. Und wenn man dann sieht, dass ein geflüchteter junger Mann Sprache gelernt hat, eine Ausbildung gemacht hat, gut abgeschlossen hat, das ist doch dann wirklich ein tolles Beispiel und da kriegt man dann auch durchaus Lob für die Maßnahmen, die auch der Staat zur Verfügung stellt. Wunderbarer Schlusssatz. Für alle, die da draußen Lob, Anregung, Kritik haben, nutzen Sie die Chance. Wir haben jetzt zehn Minuten darüber ein sehr ehrliches Gespräch geführt. Wir wollen aber mit Ihnen darüber weiter diskutieren. Gerne in den Kommentaren. Ansonsten sage ich nur, bleiben Sie uns treu. Schalten Sie wieder ein beim nächsten Format. Zehn Minuten live. Herzlichen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017